Willkommen zurück bei High Life Source, äh Half Life Source, ha ha ha, weil wir noch am heilen sind. Äh, egal. Einfach, einfach, äh, ignorieren und schließen. Also, äh, jetzt nicht das Video. Ähm, ha. Ja. Weiter geht's. Das war sehr interessant. Ja, der andere ist leider direkt in dem Hund hier gestorben. So wie ich das eine Mal auch. Äh, das eine Mal, das war in der letzten Folge. So, was ist denn alles Schönes dabei? Ja, okay, ein bisschen was geht da schon. Und jetzt hier durch? Uh. Langsam. 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 Ah, okay. Noch weiter runter? Hallo. Uah. Ja, klar. Ja, vielleicht hätten sie noch zwei, drei Gegner mehr da einfügen sollen, damit's nicht ganz so leicht ist. Wart nach, komm. Ich bin schneller als sonst. Ah, verflucht. Uah. Nicht, denn er dreht sich. Uiuiui, also hier geht es ja jetzt schon langsam ganz schön ab. Das haben wir echt immer 20 HP abziehen müssen, aber der war nicht schlecht, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, was haben wir denn hier mit einem Gegner? Sehr schön. Ja, willkommen wieder beim Heilen. Jetzt hätte ich fast gesagt, bin ich jetzt der Heilländer? Oh Gott, das Spiel wird immer schwieriger und ich spreche immer schlechter. Das ist ja keine gute Kombination. Schneller heilen! So, jetzt sind wir wieder voll geheilt. Speichert haben wir auch, dann würde ich sagen, weiter geht's. Was soll hier schon schief gehen? Uiuiuiuiuiuiui. So, weiter geht's. Was soll hier jetzt schon schief gehen? Warum dreht das denn jetzt weg? Das war schlau. Kann ich den Typen da oben von hier aus schon sehen? Prinzipiell ja. Ach, na klar. Okay, die Waffe ist jetzt offiziell leer. Moment, hier geht's doch rein, oder? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ich glaube, als es hier rauf und runter geht und Munition gibt, scheint ja hier nicht zu sein. Ich glaube, es ist hier nicht zu sein. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Mist. Äh, ich häng' fest. Das war knapp. Mist. 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 Was? Okay. Joa, Sachbrunnen und so. Und nu? Oh, hi! Ja. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Allein! Allein! nicht Vielleicht hätte ich doch die andere Munizien mitnehmen sollen. Naja. Machen wir jetzt mal das Beste draus. Oh. Energie jetzt auf 15%. Energie jetzt auf 30%. Energie jetzt auf 45%. Achtung. Nein. Oh Gott, ist das schon. Nein. Wir hatten niemals die Wahrheit gewissen. Das ist fett. Ja. Ja. Jetzt hat er gesagt, ich werde niemals die Wahrheit gewissen. Alter, war das dämlich. Oh Gott. Ja. Das war jetzt nicht ganz optimal. Nein, wieder alles von vorne? Was? Allein, wieder nicht allein, wieder nicht allein. Das ist ja ein Kuriose. Energie jetzt auf 15% Energie jetzt auf 30%. Achso, ich habe auch noch einen Raketenwerfer. Hm. Ah. Ah. Das war's für heute. Oh nein, nicht schon wieder. Nein! Oh nein, nicht schon wieder. Nein! Das hätte, glaube ich, sowieso nichts gebracht. Ich hätte mich dann zerquetscht, hätte. Jetzt muss ich mit der Vogel noch abspringen, dass er sich da noch zerquetscht wird. Hä? Was ist denn jetzt? Oh! Wer will nach Rügen? Ich habe doch immer einen Spot, wo es Munition gab. Oh, hier. Oh, das war fast ein bisschen hoch. Oh! Energie jetzt auf! 45%! Energie jetzt auf! 60%! Energie jetzt auf! 75%! Achso, ja. Es ist gedacht, dass ich dann... Hallo? ... ... ... ... Was, ich bin tot? Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau!